Moin Männer, es hat sich ein Lehrling beworben. Ach, ist ja krass. Ja, soll ich mal vorlesen? Ja, Chef, hau rein. Sehr geehrter Herr Maurerscheffe, da ich das Arbeiten auf dem Bau sehr geil finde... Geil, dat ist ein Macher. Ja, hört zu. Und da ich mittags gerne mal ein paar Bierchen zische, möchte ich gerne euren Beruf erlernen. Naja, er beschreibt es halt auf den Punkt genau. Ich weiß auch sehr gut, dass ich mit dieser Lehre sehr gut schwarz arbeiten kann, meine Familie und mein privaten Partyleben sehr gut finanzieren kann. Naja, also Unrecht hat er nicht. Ich habe massive Höhenangst und bin dadurch nur für den Kellerausbau geeignet. Vergiss es, der taugt nix. Aber ich würde in jeder Mittagspause Bier holen und kenne jede Pommesbude in 50 Kilometer Umkreis, daher bin ich besonders qualifiziert für diese Lehre. Der Kerl taugt doch was. Also stellen wir den ein, Chef, oder? Pass auf, das Wort Pünktlichkeit ist mir nicht bekannt, aber ich bin überall bekannt als Dummschwätzer. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, der hat eine große goldene Maurerkarriere vor sich. Ja, und wenn er jeden Tag 20 Minuten zu spät kommt, ist das auch irgendwo eine Zuverlässigkeit. Chef, stell den ein, der Mann ist top.